So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Die unendliche Geschichte ist zu Ende, also war sie wohl doch nicht unendlich, um was geht es? Ihr seht ein Shiny Celebi, ihr seht Ninel, das ist das einzige Foto, was ich von Ninel hab, weitere hab ich leider nicht, also sieht aus wie ein Aerokak-Sprühl, hat zumindest Ähnlichkeit. Sie, die, was sagt man denn, sie oder die, warte mal, sie ist weiblich, die ist ne Beleidigung für alle weiblichen Aerokak-Sprühls da draußen. Ist euch das mal aufgefallen, wenn man sagt, bla bla bla, die hat das ja nicht gemacht, ey, nicht so unfreundlich, was heißt hier die, okay, Moment, ich korrigiere. Ja, weil sie hat das ja nicht gemacht, ne, ah, die Drecksau, die schnappen, also dieser Unterschied zwischen die und sie. Für mich ist das beides halt weiblich, aber das eine ist richtig abartiges weiblich und das andere ist so, ist okay. Also, hä, wie er und der, boah, ist das abartig, oder? Oder wie sagt man das sonst? Achtet ihr auch da so auf eure Sprache? Muss das denn sein? Kann man denn nicht einfach reden, wie der Bauchnabel gewachsen ist? Dann wär das doch viel lustiger. Auf jeden Fall hat DC Needle mir die Shiny Celebi-Forschung gekauft, geschickt, gespendet, wie auch immer. Also, sie hat mir das Ticket erworben. Ich konnte nichts dagegen tun. Und deshalb möchte ich dieses Video heute machen und meinen Shiny Celebi abholen. Das hat ja auch ewig gedauert, denn, guckt euch mal die Aufgaben an. Das Ding hat ja sechs Kapitel gehabt. Die Spezialforschung dazu hieß Waldgeflüster. Die musste man in dem Zeitraum abholen, wo, äh, ja, weiß ich nicht, letztens halt, musste man die halt abholen, musste man die sich kaufen, hatte begrenzt Zeit, die dann auch anzufangen. Wenn du die aber abgeholt hast, angefangen hast, irgendwas, hast du unendlich Zeit, denn es ist ja eine Spezialforschung. Spezialforschung, Waldgeflüster, eins von sechs. Was die erste Aufgabe da war, kann ich euch gar nicht sagen. Ich glaub, das war irgendwas mit der Joto-Medaille, dass man irgendwas verdient sollte oder so. Das war auf jeden Fall schon fertig. Dann, fange 251 Pokémon aus der Joto-Region. Fange 100 verschiedene Arten von Pokémon. Ihr kriegt hier 51 Hyperbälle, ein Knusp, 2510 Staub, nochmal denselben Staub unten drunter, ein Moos-Modul und 2510 EP. Ist, okay, für die erste Seite kein Pokémon-Encounter. Dann bist du fertig mit der Seite, holst ab, gehst auf die nächste. Fange 25 Pokémon vom Typ Pflanze. Hm? Passt. Fange sieben Tage hintereinander ein Pokémon. Boah, wird die Aufgabe wieder künstlich, eine Woche in die Länge gestreckt. Und dann fange an 21 verschiedenen Tagen ein Pokémon. Also, das ist jetzt nicht was, was schwer ist. Das ist halt nur, was halt dann sich zieht. Es gibt wieder Log-Modul, es gibt wieder 51 Hyperbälle. Es gibt EP, nochmal EP. Es gibt Staub und es gibt drei Sonderbonbons. Die finde ich gut. Packe ich momentan alles immer so in Mewtwo rein. Für ein paar Krypto-Mewtwo ein bisschen hochziehen oder so. Das macht Spaß. Wenn wir das fertig haben und abgeholt haben, kamen wir auf die dritte Seite, weil da ist ja auch wieder keine Pokémon-Belohnung bei gewesen. Seite 3 von 6. Fange 25 Pokémon vom Typ Psycho. So, vorher war es Pflanze, jetzt ist es Psyche. Und? Sieben Tage Pokestop drehen hintereinander. Und 21 Tage Pokestops drehen. Das andere waren Pokémon. Sieben Tage hintereinander ein Pokémon. Jetzt sieben Tage hintereinander ein Pokestop. 21 verschiedene Tage Pokémon. 21 verschiedene Tage Pokestop. Wir haben wieder 51 Hyperbälle. Wir kriegen wieder... Hier ist Rauch, hier ist EP, hier ist Staub. Da ist wieder ein Knurz. Also es zieht und zieht und zieht. Dann sind wir mit der 3 von 6 fertig. Holen das ab. Kommen auf die 4 von 6. Und hier... Oh, mal ganz andere Aufgaben. Fange 251 Pokémon. Egal welche. Egal was für ein Typ. Egal was. Okay. Verdiene 251 Herzen mit deinem Kumpel. Das war ein bisschen nervig. Ja. Das Kumpel-Feature. Ja. Ne. Was weiß ich. Möchte ich eigentlich gar nicht so nutzen oder so. Das ist dann eher so Zwang. Aber dafür gab es ja auch ein paar Knurz. Da konntet ihr ein bisschen was pushen. Gibt es auch wieder 51 Hyperbälle. Oben gibt es ein Gletschermodul oder ein Regenmodul. Ich weiß gar nicht was das ist. Ein. Schreibt es mal rein. Und verdiene an 21 verschiedenen Tagen ein Herz mit deinem Kumpel. Also 21 Tage lang mindestens ein Herz. 21 Tage lang füttern. Das muss aber nicht hintereinander sein. Da konntet ihr auch mal einen Tag aussetzen. Das passt dann. Glücksei ist unten dabei. Wieder EP. Wieder Staub. Wir gehen weiter. 4 von 6. Gibt es kein Pokémon. 5 von 6. Da weiß ich nicht was die erste Aufgabe war. Die war nämlich auch schon fertig. 2510 EP. Drehe 251 Stops oder Arenen. Keine Pokémon fangen. Arenen drehen oder Stops. 3 Superbrüder. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Schließe 100 Feldforschungsaufgaben ab. Ein Raidpass. Da freue ich mich immer besonders. Gerade jetzt wo. Zur Aufnahme des Videos ist gerade Kyokre drin. Da habe ich in der Raidstunde sogar mal 4 Stück gemacht. Obwohl ich eigentlich nur einen pro Tag mache. Aber durch die grünen Pässe in letzter Zeit aus den Forschungen habe ich gedacht. XL für Kyokre. Raidstunde bietet sich an. Mega Entwicklung Stufe 3. Nimmst du mal mit. Hier sind drei Sonderbonbons. XL drin. Sternstück. Die Brüder. Der Pass. Und es erscheint. Celebi. Deswegen geht es jetzt hier nicht weiter. Aber wir können live rüber ins Spiel. Können das Celebi jetzt abholen. Und haben da noch Seite 6 von 6. Ein wildes Celebi erscheinen. Das ist jetzt hier oben am Bildschirmrand. Wir können leider keine Bären wählen. Ihr wisst das Ding kann ja auch nicht fliehen. Weg ist es. So da ist es wieder. Das Ding kann ja nicht fliehen. Wir können. Ah was körfe ich denn. Was ist denn hier. Geh halt mal hin oder. Jetzt ist es. Jetzt ist es wie beim Hong. Es ist nicht wie beim Hong. Wieso treffe ich es denn nicht. Vielleicht ist es doch wie beim Hong. Hong hatte mal ein Video. Da hat er versucht. Ein mysteriöses Pokémon zu fangen. Und es ging nicht. Weil der Ball nicht getroffen hat. Da ist der halb ausgerastet. Und hat gesagt. Was ist das denn. Es funktioniert. Es geht nicht ran. Vielleicht werfe ich halt auch einfach nur beschissen. Vielleicht sollte ich auch einfach mal den AR-Modus anmachen. Oder sowas. Es funktioniert halt wirklich nicht. Gibt es hier überhaupt AR-Modus. Ich mache mal ein Bild davon. Jetzt ist es weg. Ey. Obwohl das eigentlich feststehen muss. Wissen Sie, wenn ich jetzt hier reingehe. Auf AR. AR-Begegnungen. Aber das ist ja wieder das. Nö. Hä? Boah. Jetzt ist die ganze App weggeflogen. Perfekt. Und der Ball ist zu kurz. Schieß doch mal hoch. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Guckt es euch doch an. Da ist der Wurm drin. Ich muss die Aufnahme beenden. Ich muss ein anderes Handy nehmen. Und dann muss ich gucken, ob ich es mit dem anderen Handy kann. Oder? Warte mal. Ich habe doch hier. Auf dem habe ich doch auch die App drauf. Kann ich das vielleicht einfach verbinden? Jetzt muss ich mal gucken. Wie verbinde ich das? Gehen jetzt in die App. Ist da ePowerMirror drauf? Nein, ist es nicht. Das sieht doch irgendwie anders aus als bei den anderen. Vielleicht hätte ich doch die App mir runterladen sollen. Wir lassen es einfach mal laufen. Guckt euch das beide an. Wir sind jetzt hier in der App. Haben wir ePowerMirror. Jetzt gehe ich hier rüber. Such im. Wo ist denn der? Wo ist denn der Store? Der Store ist hier oben. Wir gehen hier drauf. Wir suchen. Ich weiß nicht mal, wo die Lupe ist. A Power Mirror installieren. Weil das ist nämlich mein Bildschirmübertragungsprogramm. Womit ich das immer mache. Wird installiert. Okay, das passt. Jetzt gehen wir mal auf Öffnen. Ich hoffe, da muss ich mich jetzt nicht anmelden. Wir müssen erstmal nur zustimmen. Werbung. Logalcast. WLAN. Adi Schatz. Okay. Überspringen. Telefon. Spiegeln. Beim Nutzen der App. Starten. Und ich habe hier einen zweiten Bildschirm. Das ist der hier. Guck. Das ist jetzt das Telefon. Wenn ich jetzt hier drauf gehe. Und hier drauf gehe. Und hier drauf gehe. Und hier drauf gehe. Dann bin ich jetzt bei Celebi. Und hier kann ich es jetzt hoffentlich fangen. Ist da ein Unterschied? Merkt ihr da ein Unterschied? Ist da was anders? Mann, wie klappe ich denn das Teil hier ein? So, wir werfen mal einen Ball hoch. Und schießen wieder daneben. So, Diana schreibt da irgendwas. Keine Ahnung, wer das ist. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ich kann halt auch nicht werfen. Jetzt kommt es da rüber. Oh, wir haben einen Ball getroffen. Vielleicht lag es doch nur daran. Weil ich halt einfach nicht werfen kann. Nee. So, mal hinten hin. Ihr wisst, ihr müsst es dreimal. Müsst ihr es ja treffen. Und erst beim dritten Mal wäre das dann drin. Also so war es eigentlich immer. Alter Schweizer. Komm mal bitte vor, Bruder. Ist das jetzt weiter vorne? Es ist immer noch weit genug weg. Jetzt zwei. Die Nummer zwei. Oh mein Gott. Eins, zwei. Es kommt raus. Kein Problem. Jetzt schieße ich einfach auf den. Und dann schieße ich auf den. Wer es zuerst trifft, der hat gewonnen. Nee. Ich kriege es nicht hin. Ey, ich kriege es nicht hin. Es ist... Wieder nicht. Wieder nicht. Nee, widerlich statt wieder nicht. Wer kennt das? Schreibt es mal rein. Jetzt ist es da gefangen. Jetzt ist es da gefangen. Jetzt ist es hier drin. Jetzt will ich hier fliehen. Jetzt mache ich das aus. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und schmeiße mir hier nicht was über den Haufen. Jetzt gehe ich hier rein. Und jetzt kann ich den Rest abholen. Staub. Staub. EP. EP. Bonbons. Lade-TM. Drei Stück. Die Forschung ist fertig. Aber wir wollen es ja noch bewerten. Wir wollen es ja noch bewerten. Und es ist... Ein 93er. 13,87. Shiny Celebi. Was für eine heftige, lange Geburt. 13,87. Also... Ja, müsste ein 93er sein. Genau. Dann wäre es nämlich ein 96er, ein 98er. Fünfter Neuner. Am 5.9. gefangen. Dreisterniges Celebi. 93%. Das sieht doch relativ gut aus. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch die Celebi-Forschung gekauft? Habt ihr euer Celebi-Shiny schon abgeholt? Also die letzte aktuelle, die jetzt da war. Wie gut ist euer Celebi? Und was ist überhaupt? Habe ich noch ein anderes Celebi? Ich muss mal kurz hier reinschauen. Celebi. 13,87. Und das andere war 13,75. War auch drei Sterne. Aber das... Shiny ist natürlich viel besser. Das heißt, als erstes könnte man verschicken. Aber verschicken geht ja, glaube ich, nicht. Weil man darf. Celebi ist ein mysteriöses Pokémon. Und kann nicht verschickt werden. Sonst hätte man das jetzt hier einfach weggeschmissen. Was findet ihr cooler? Das normale oder das Shiny? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Danke an Hiel für dieses super nervige Video. Und die tolle Quests. Und vor allem danke für den einen Raid Pass. Das ist für mich das Wichtigste an der ganzen Sache. Peace out Vorhaut. Euer Ramses. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.